moin heute vor drei jahren ungefähr habe ich schon mal hier gestanden und zwar genau genommen das erste mal und weil heute vor drei jahren haben wir eröffnet an sich sollte heute eine fehlte stattfinden aber ich glaube jeder weiß warum das nicht tut vor drei jahren sah das so aus das war auch gleichzeitig unser erstes video auf youtube ja schwäge zeiten aber da war es noch richtig leer und wenn ihr seht wie viele boards wir da hatten und das war der tag der eröffnung es war noch nicht alles geliefert aber der sport hat sich seitdem so unheimlich weiterentwickelt dass auch noch sehr viel mehr dazu gekommen ist und diesen gleichen rundgang den möchte ich euch heute noch mal anbieten einfach mal drei jahre später nicht alles so ordentlich weil natürlich durch corona ein klein wenig hat sich das geschäft etwas geändert aber sobald wir wieder normal öffnen können norden ist immer noch da starboard paddel sind viele dazu gekommen zannover ganz frisch dazugekommen aber auch das leere plätze weil nicht genug geliefert werden kann und hier vorne sieht es natürlich auch ganz anders aus und diese wand ist mittlerweile fast übervoll ja wie gesagt hat sich viel geändert in den drei jahren und auf die berühmte frage wo sehen sie sich in drei jahren hätte ich bestimmt wenn ich damals gesagt hätte im corona lockdown wir dürfen den laden nicht normal öffnen hätte mich jeder angeschaut und gedacht wovon redet der was ist ein lockdown naja die zeiten ändern sich schade keine fehlte heute aber ganz ehrlich ich möchte mich bedanken bei der mittlerweile über 4000 kunden die wir hatten dass wir so gut angenommen worden sind und übrigens heute auch vor einem jahr war das erste video auf unserem video kanal auf youtube schaut da noch mal durch es hat sich seitdem viel getan manches was ich so vor drei jahren gesagt habe ist nicht mehr ganz aktuell aber so verkehrt war es dann auch wieder nicht geht mir mal so wenn ich die alten videos man schaue ich wünsche euch was und ihr habt gesehen die sonne scheint viel spaß auf dem wasser